Zerstörte Autos und verkeilte LKWs. Tiefdieter bringt den Chaoswinter und sorgt für eine heftige Massenkarambolage auf dem Berliner Ring. Neun LKW und mehrere Pkw kommen auf der schneebedeckten A10 unweit des Schönefelder Kreuzes ins Rutschen und Rasen ineinander. Offenbar hatte sich unter der Schneedecke eine Eisschicht gebildet. Ich habe leise versucht zurückzubleiben und wurde dann von einem LKW vorgeschoben. Ein weiterer knallte mich an die Seite. Das war der Schreck und die Befürchtung, hoffentlich fährt da nicht noch einer hinten drauf im LKW und quetscht sich auf den Vordermann. Bei der Massenkarambolage werden eine Person schwer und mehrere leicht verletzt. Rettungskräfte räumen den Unfallort mit einem Großaufgebot.